Hey du, bleib stehen! Ja, du! Die Leute wollen wissen, wer du bist! So, perfekt! Das ist Peter Revin. Er macht YouTube schon seit drei Jahren. Erfolglos. Er kann nicht singen und ist unmusikalisch. Brachte aber trotzdem schon mehrere Ohrenquäler. Die Idee zu diesem Kanal klaute er von Nosterra Forz. Was ein dummer Spast. Ich rate euch, wenn sein Name im Titel steht, nicht drauf zu gehen. Mit dieser Warnung noch einen schönen Tag.